Ähnlich ist die Situation bei Stiegl. Auch hier testet man einen E-Lkw in der Zustellung in der Stadt Salzburg und Umgebung. Auch hier sind die Erfahrungen mit der Reichweite von ca. 150 Kilometer ähnlich wie bei Quenberger. Im Stadtbereich, so wie wir fahren, ist es halt sehr angenehm. Es ist total entspannt fahren. Du brauchst nicht viel schalten, weil du gibst Gas oder du steigst auf Bremsen und das war's. Und du machst relativ wenig Lärm und du hast auch keine Abgase. Das heißt, wenn wir mal einen Ablader haben, wo ich jetzt nicht so lange brauche, wo ich sage, ich stehe zehn Minuten, kann ich ihn reinlassen, brauche ihn nicht abstehen und das stört keinen. Weil mehr ist wie ein Kühlschrank, das sagen Sie bei uns drinnen immer, mehr Lärm macht er nicht. Auch hier ist Spritzigkeit ein entscheidender Vorteil, stellt sich aber die Frage, E-Lkw oder Bierkutsche in der Auslieferung. Der E-Lkw sicher an erster Stelle, dann der Diesel und mit dem Pferd. Ja, da habe ich so meine Probleme, weil meine Fahrzeuge so in möglichst keinen eigenen Wüden haben. Geladen wird der E-Lkw bei Stegl mit 44 kW, die Ladezeit beträgt 5,5 Stunden. Die Reichweite in Praxises beläuft sich mit 12 Batteriezellen, wie gesagt auf 150 Kilometer.